Es gibt viele Anzeichen dafür, dass deine Katze trächtig sein könnte, aber einige davon sind so subtil, dass sie leicht übersehen werden. Wenn du den Verdacht hast, dass deine Katze schwanger ist, solltest du auf diese frühen Signale achten, um rechtzeitig handeln zu können. Wie lange dauert die Trächtigkeit bei Katzen? Die durchschnittliche Trächtigkeitsdauer einer Katze beträgt etwa 63 bis 65 Tage, also rund 9 Wochen. In manchen Fällen kann die Geburt auch schon nach 61 Tagen oder erst nach 72 Tagen erfolgen. Diese Zeitspanne hilft dir grob abzuschätzen, wann deine Katze ihre Kätzchen zur Welt bringen wird. Die verschiedenen Stadien der Trächtigkeit, Befruchtung und Einnistung Nach der Paarung und der Befruchtung dauert es etwa zwei Wochen, bis sich die Embryonen in der Gebärmutter einnisten. Zu diesem Zeitpunkt beginnen sie bereits zu wachsen und sich zu entwickeln. Embryonalentwicklung Ab der dritten Woche sind die Embryonen etwa 2,5 cm groß und manchmal kann man sie sogar im Bauch der Katze fühlen. Spähträchtigkeit In der Endphase der Trächtigkeit entwickeln sich die Kätzchen vollständig und bereiten sich auf die Geburt vor. Deine Katze wird in dieser Zeit mehr fressen und an Gewicht zunehmen, um genug Energie für die Geburt zu haben. Vorwehen Kurz vor der Geburt wird deine Katze beginnen, nach einem warmen und sicheren Ort zu suchen. Manchmal lässt sie auch Milch in ihre Brustdrüsen einsinken und frisst weniger. Ein weiteres Anzeichen ist ein Temperaturabfall auf etwa 38 Grad. Frühe Anzeichen einer Trächtigkeit bei Katzen Keine Läufigkeit mehr Wenn deine Katze normalerweise läufig ist und plötzlich aufhört, dieses typische Verhalten zu zeigen, könnte das ein erstes Anzeichen für eine Schwangerschaft sein. In der Regel sind rollende, lautstarke und hyperaktive Katzen in der Läufigkeit. Wenn das plötzlich verschwindet, könnte deine Katze trächtig sein. Morgendliche Übelkeit Genau wie Menschen können auch Katzen in den frühen Stadien der Schwangerschaft unter Übelkeit leiden. Leichtes Erbrechen und Appetitverlust sind häufige Anzeichen. Gewichtszunahme Nach einigen Wochen wirst du bemerken, dass der Bauch deiner Katze runder wird. Auch ihr Appetit wird zunehmen, da sie mehr Nährstoffe benötigt, um die Kätzchen zu versorgen. Rosafärbung der Zitzen Nach ungefähr drei Wochen beginnt der Körper deiner Katze, sich auf das Säugen vorzubereiten. Die Brustwarzen schwellen an und werden deutlich rosa, ein sicheres Zeichen einer Trächtigkeit. Nestbauverhalten Gegen Ende der Trächtigkeit wird deine Katze anfangen, nach einem ruhigen und warmen Platz zu suchen, um ihre Kätzchen zur Welt zu bringen. Wand zum Tierarzt Sobald du eines oder mehrere dieser Anzeichen bemerkst, ist es ratsam, den Tierarzt aufzusuchen. Er kann eine Röntgenaufnahme oder einen Ultraschall durchführen, um die Anzahl der Kätzchen zu bestimmen und sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Zudem ist es wichtig, dass deine Katze frei von inneren und äußeren Parasiten ist, damit sie ihre Jungen gesund zur Welt bringt. Fazit Die ersten Anzeichen einer Trächtigkeit bei deiner Katze sind oft schwer zu erkennen, aber mit einem aufmerksamen Auge kannst du sicherstellen, dass du deine Katze während dieser wichtigen Phase gut unterstützt. Wenn du den Verdacht hast, dass deine Katze trächtig ist, scheue dich nicht, den Tierarzt aufzusuchen. Die erste Anzeichen einer Trächtigkeit bei der Katze sind oft schwer zu erkennen, dass du siehst, dass du dein력 in shove, was dir das ist. Vielen Dank.